Hallo, ich bin Alice Feddersen, die Leiterin von Danz Zentralbibliothek in Südschleswig. Und ich möchte gerne, dass die Politiker sich ein bisschen mehr mit Urheberrecht beschäftigt. Ich finde es sehr problematisch für die Bibliotheken, dass es immer noch Grenzen gibt. Die werden ja weniger und weniger in unserer Europäische Union. Und es wäre schön, wenn wir überall Zugang zu allem grenzüberschreitend hätte. Liebe Politiker, tu was dafür!